Test. Funktioniert es mit der Stimme? Lauter, leiser. Schauen wir mal. Ich glaube, du näher. Mein Problem ist, ich habe nämlich mein Schnapperl anscheinend letzte Woche verloren. Aber warte mal, wir könnten das anders aussehen. Ich mache so hart das Hemd. Normalerweise. Ich habe mittlerweile ein bisschen Erfahrung, aber noch weit, weit entfernt von unserem Exerptum. Ja, ja, ich weiß es. Ich habe mir gedacht, ich vertraue mir noch so nach dem Wagen. Ja, passt. Papa, Papa, hallo. So, der Rest ist nicht zu rausnehmen, weil die Kamera läuft so die ganze Zeit. Und das läuft auch. So, zweiter Teil von Teil 2 von Episode 10. Jetzt, das ist der Stefan Windberger. Mit dem habe ich schon probiert, im Wahlkampf ein paar Mal die Termine zu kriegen, aber wir haben es irgendwie nicht geschafft. Jetzt haben wir es nach dem Wahlkampf. Jetzt haben wir es nach dem Wahlkampf. Umso informativer können wir mehr drüber tratschen. Ist richtig. Bleiben wir gleich beim Wahlkampf. Du warst ein bisschen skeptisch, dass du das Mandat bekommst, obwohl, ich sage mal, bis zu einem gewissen Grad warst du der Meinung, es könnte sich ausgehen. Warst aber realistisch, man war es nie, bevor der Sonntag nicht war. Wie ist jetzt sozusagen die Enttäuschung? Bist du enttäuscht, dass du nicht in Brüssel jetzt sitzt? Oder bist du eher einer, der sagt, du nimmst es sportlich und nimmst den nächsten Antritt, wenn möglich? Ja, natürlich ein lachendes und ein weinendes Auge. Lachend ist, wir haben als Neos beim Nationalratswahl, da hat niemand geglaubt, dass wir es reinschaffen werden. Wir sind reingekommen in 5%, doch 1% über der Hürde. Jetzt bei der Europawahl haben wir nochmal 3% dazugewonnen. Bei mir daheim in Graz sind wir jetzt 12%, was doch ein solides Ergebnis ist. Also das ist natürlich alles, man merkt, es gibt einige Sachen, die sind wirklich toll. Anders als mich persönlich ist es natürlich ärgerlich. Ich hätte es mir gewünscht. Ich habe nicht umsonst, wie man so schön sagt, den Arsch aufgerissen die letzten 6 Monate. Und war bei Nacht zählt knapp über 60 Events Wahnsinn. Also das war schon viel zu tun. Aber ich habe viel gelernt für mich auch. Und vielleicht ergibt sich mal was zum späteren Zeitpunkt. Aber jetzt haben wir halt für das erste Mal leider Nein. Okay, leider Nein. Das leider Nein, das habe ich schon öfters gehört. Wo positionierst du dich? Wo ist jetzt dein persönliches Karriereziel? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sagt, man tritt nicht für ein politisches Amt an, wenn man sonst keine Möglichkeiten hat. Was leider, gerade bei uns in Österreich im Parlament, wenn man sich die Berufspolitiker oder in Graz hier die Gemeinderäte, die parallel beim Magistrat Grazin angestellt sind, anschaut, das halte ich für Katastrophe. Was wichtig ist, ist zu sagen, man hat ein persönliches Profil und man hat eine Möglichkeit, was zu tun. Und wenn es zu einem gegebenen Zeitpunkt passen sollte, dann auch gerne in der Politik. Ich habe das Glück hier bei einer ganz gute Ausbildung, sagen wir mal, und habe ein kleines Einzelunternehmen und um das kümmere ich mich jetzt. Also da bist du auch sozusagen ein Gärtner, wie ist der Matthias Gärtner? Ja, ein Gärtner, kann man sagen, ja. Also das heißt auch, wenn du sagst, gegen Berufspolitiker, dann würde ich mich so weit aus dem Fenster dran und sagen, du bist eher ein Berufungspolitiker, also jemand, der aus Berufung es versteht, zu sagen, ich möchte das machen. Ich habe mir gedacht, ist die Europawahl eine, wo ich mit Herzblut dabei sein kann? Und das war relativ bald klar, dass ich gesagt habe, ja, das möchte ich machen. Ich hätte bei keiner anderen Partei außer den Neos die Chance gehabt, mit 25 durch einen offenen Vorwahlprozess mit Bürgerbeteiligung auf Riesenplatz 2 zu kommen und damit eine realistische Chance zu haben, das muss man auch sagen. Das war für mich auch eine große Motivation, weil ich gesehen habe, hier könnte ich was bewegen und hier kann ich was bewegen. Und das Thema Europa liegt mir sehr am Herzen und ich glaube auch, was ich gerne gemacht hätte, was ich nach wie vor in anderer Art und Weise mache, ich möchte mich für junge Menschen einsetzen. Für meine Chancengerechtigkeit in der Bildung. In Europa wäre es wichtig, Bildungsprogramme europäische auszubauen, Erasmus, nicht nur für Studenten, sondern auch für Schüler, Lehrlinge. Und das sind alles so Dinge, wo man denkt, das liegt mir auch nahe, als jemand, der in mehreren europäischen Ländern studiert hat, liegt mir auch das Wirtschaftsthema nahe, als Einzelunternehmer, als jemand, der, ich glaube, fast eine Dutzung Praktika gemacht hat, über die letzten Jahre, mich da für die Generation Praktikum, Generation Erasmus einzusetzen. Und insofern war es schon ein bisschen auch vielleicht eine Berufung, das zu machen. Aber auf jeden Fall eine Begeisterung, sagen wir mal so, die war da und die ist nach wie vor da. Und wo siehst du jetzt denn ab dem Gebiet, wo du dich jetzt praktisch positionieren möchtest? Ich glaube, es gibt mehrere Möglichkeiten. Also eine ist zu sagen, ich mache meine Firma weiter mit Fokus auf Social Impact, soziale Punkte, so Schnittstelle, Wirtschaft, soziales Umfeld, wo ich auch gearbeitet habe, bei der Grameen Bank in Bangladesch, beim Nobelpreisträger, Friedensnobelpreisträger, Muhammad Yunus. Nicht verwandt mit den Yunus. Nicht verwandt mit den Yunus, nein, das nicht. Aber das sind so Sachen, wo man denkt, da kann ich was machen, habe ich ein bisschen Erfahrung gesammelt und das wird mit meinen Unternehmen, glaube ich, ganz gut passen. Oder aber bei einer internationalen Organisation schließe ich auch nicht aus. Das ergibt sich über die nächsten Jahre. Also bis jetzt in den Entwicklungsbereich? Genau, im Entwicklungsbereich einerseits. Oder auch, ich sage, in der Strategieberatung wäre auch eine Möglichkeit. Irgendwas, wo ich sagen kann, ich kann mich für mich identifizieren mit dem, was ich mache. Ich habe Begeisterung für das Projekt, für das Produkt, für die Tätigkeit und sehe auch, dass ich damit auch etwas erreiche. Also sowohl vom Prozess her, als auch vom Resultat. Das klingt auch nicht so uninteressant. Was siehst du eigentlich für junge Menschen? Nachholbedarf oder Entwicklungsmöglichkeiten? Du sprichst immer wieder vom Erasmus, du sprichst eben von Auslandspraktika etc. Generationspraktikum. Glaubst du, dass es sinnvoll wäre, ich will jetzt nicht sagen verpflichtend, aber mehr Motivationsmöglichkeiten für die Leute zu geben, dass sie ins Ausland gehen, zumindest für ein Jahr? Das ist genau der Punkt, wie viel wir machen müssen für junge Leute. Das war auch mein Hauptpunkt bei den Wahlen, wo ich gesagt habe, Jugendarbeitslosigkeit ist eines der größten Probleme, das wir haben momentan in Europa. Es ist ein Problem, dass wir nur gemeinsam angehen können auf europäischer Ebene. Und es ist ein Problem, dass vielleicht junge Leute anders anpacken, die eben selbst Erasmus erlebt haben, die selbst diese Situation erlebt haben, wo du nach Ende deiner Ausbildung nicht sofort einen Job bekommst. Und nicht, wie es war, was ich oft auch erzählt habe, die Abgeordneten im Parlament, 766 waren es, und von den 766 sind nur zwei am Schluss unter 30 gewesen. Niemand, Junges, niemand, der einen Bezug hat. Ich will damit nicht sagen, dass quasi ältere Politiker nicht über Jugendarbeitslosigkeit sprechen können, aber ich glaube, dass ich als Jünger und viele andere einen anderen Bezug dazu haben. Was heißt das konkret? Konkret glaube ich, dass wenn wir sehen, wir haben Jobs in Deutschland und Österreich, die gibt es, Dreher, Schlosser, die werden gesucht, wir haben Leute in Südeuropa, Spanien, Griechenland, die wollen da was machen, aber die haben nicht die Sprachkompetenz, die waren noch nie im Ausland. Und denen dann zu sagen, hey, wir unterstützen euch. Wenn ihr in Deutschland oder Österreich arbeiten wollt, dann gibt es eine Möglichkeit mit der Unterstützung der Europäischen Union, führt das zu einem besseren Matching-Arbeitsmarkt, dadurch zu weniger Arbeitslosigkeit, und gibt den Leuten auch Perspektiven, weil man sagt, wir investieren in euch. Und das ist wichtig. Und das Gleiche ist mit dem Jungunternehmertum, wo es immer noch so viele Barrieren gibt in Europa. Beispielsweise, wenn ich sage, ich habe ein kleines Unternehmen in Österreich, ich bin ein Jungunternehmer, und dann möchte ich zu einer Privatperson exportieren nach Frankreich und nicht zu einem forscherabzugsberechtigten Unternehmer, dann muss ich in Frankreich die Mehrwertsteuer abführen. Und das ist kompliziert, wenn ich sage, in allen 28 EU-Staaten muss ich, wenn ich dort Kunden habe, Privatpersonen, muss ich extra mich registrieren mit den Behörden, extra Steuern zahlen. Da gibt es so viele unnotwendige Hürden für junge Menschen, und da müssen wir auch daran arbeiten. Also auch Abbau von Barrieren? Absolut, ja. Es ist sehr schwer genug, einen Kredit zu bekommen als junger Unternehmer, es ist schwer genug, deine ersten Kunden zu bekommen, aber ist es wirklich notwendig, 10.000 Euro Startkapital zu haben bei einer GmbH? Oder sollte man nicht viel eher wie in England sagen, wir brauchen nur einen Pfund? Genau, die Limited. Oder wie auch die Europäische Kommission jetzt vorgeschlagen hat, die 1 Euro GmbH. Also angelehnt an die Limited in England, angelehnt an die GmbH Zero in Österreich, wo man sagt, in Wahrheit, das Gründungskapital ist nicht das ausschlaggebende. Wenn da keine gute Idee dahinter ist, wenn da keine glaubwürdige Person dahinter ist, wird das Unternehmen eh keinen Kredit bekommen, das es braucht. Aber wir brauchen nicht drei Hürden. Es reicht mit der Finanzierung und mit den Kunden finden und Aufträge bekommen. Wir brauchen nicht noch eine finanzielle Hürde von Startkapital im fünftstelligen Bereich. Glaubst du, aber es geht ja auch viel um diese Kreditsachen und es nicht mehr imstande, also Entschuldigung, wieder mal verarspelt, Hastigkeit ist nicht unbedingt das Beste. Kein Problem. Wieder zurück zur Ruhe. Glaubst du, dass es nicht sinnvoll ist, dass man beginnt zu überlegen, man spricht immer vom verlorenen Vertrauen, die Banken müssen sich an Basel drei Kriterien halten. Es wird immer schwieriger für Jungunternehmen überhaupt an Kredite zu kommen. Crowdfunding wird immer mehr und mehr ein Thema. Wie soll man da vorgehen? Wie soll man überhaupt den Banken sagen, ihr habt eine Aufgabe in der Wiederbelebung der Wirtschaft und nicht in der Drosselung von dessen, weil ihr kein Vertrauen mehr habt? Ich glaube, im Bankenbereich wird das ein Trennen. Crowdfunding ist eine tolle Alternative. Und ist eine, die in Österreich viel zu schwierig ist. Das ist in Deutschland schon fast unmöglich und bei uns ist es ziemlich unmöglich, sagen wir mal. Mit den rechtlichen Bedingungen auch einfacher Dinge wie der Schaudinger von der G.A., von der Schuhfirma, der dann einfach so viele Steine in den Weg gelegt werden, was in Amerika undenkbar ist. Da wirst du ausgelacht, wenn du das in Amerika erzählst. Oder auch in der Schweiz, wenn man sich denkt, wie das dort ist, der Matthias hat es heute erwähnt, in Bereichen wie der Wirtschaftskammer, mit der Zwangsmitgliedschaft. Da bist du ausgelacht in der Situation in Österreich. Und da ist, glaube ich, unsere Aufgabe als Neos zu sagen, hey, wir schauen uns ein bisschen die Best-Practice-Beispiele im Ausland an und schauen, was funktioniert. Das zum Thema Crowdfunding. Bankenbereich sehe ich zwei Probleme. Das erste ist, wir haben immer noch systemrelevante Banken. Banken, die so groß sind, dass ein Manager im Zweifelsfall sagen kann, ja, ich spekuliere auf der Afro-Komm-Raus, weil, wenn es schief geht, muss jeder Staat einspringen. Das darf es nicht geben. Genauso, wie es ein Karel-Recht gibt. Bei normalen Unternehmen, wo man sagt, wenn ein Unternehmen zu groß ist, muss es aufgesplittet werden. Ich glaube, es gibt genügend Fälle. Ich denke, in Amerika in den Zwanziger mit den Ölgesellschaften, jetzt unlängst einige Klagen, auch Microsoft, die den Internet-Explorer einfach eingebaut haben. Solche Sachen, wo wir im Bankbereich auch sagen müssen, das kann nicht sein. Wir müssen, wenn Banken so groß werden, dass sie systemrelevant sind, dass sie gerettet werden müssen, weil sonst der Impact auf die Wirtschaft zu groß ist, dann müssen wir sagen, nein, die Banken müssen kleiner werden. Es muss möglich sein, dass eine Bank bankrot wird wie ein normales Unternehmen. Punkt eins. Punkt zwei. Es muss leichter werden, eine Bank zu gründen. Es gibt keinen Wettbewerb dort. Ich kenne keine Bank der letzten, Neugründung der letzten 20, 30 Jahre. Das ist ein Inzestverein dort, die sich gegenseitig ausmachen, wie bereits öfters geschehen. Da gibt es einige Verfahren auch dazu. Wie hoch man gewisse Prämien macht, wie hoch gewisse Produkte bepreist werden. Und hier zu sagen, es muss leichter werden, eine Bank aufzumachen, natürlich Richtlinien, natürlich schadliche Kontrolle, aber dass es fast unmöglich ist, eine neue Bank aufzumachen, kann auch nicht sein. Glaubst du nicht, dass das auch sehr stark mit diesem Prinzip des öffentlichen Kapitalismus zu tun wird? Ja, aber ich glaube, das Wichtige ist, und das ist auch unser Prinzip bei den Neos, zu sagen, wir haben einen gewissen Ordoliberalismus, sagen wir mal so. Ich grenze das Spielfeld ein, als Staat, und sage hier, das ist das Spielfeld, was bleibt ihr aus diesem Spielfeld tun? Das bleibt ihnen überlassen, bleibt auch den Unternehmen überlassen. Stattdessen, was wir momentan machen, ist, ein breites Spielfeld zu haben, und vorsorglich, überall Zäune reinzubauen. Und das ist das Problem. Da und da und da, auch wo es unnötig ist. Einfach nur, um potenziell irgendwelche Sachen zu verhindern, aber damit auch viel Innovation, viel Entrepreneurship, viel Begeisterung, viel Wollen zu verhindern. Wenn wir uns anschauen, die Weltbank, E-Send-Doing-Business, der Index für Wettbewerbsfähigkeit, Unternehmensgründungen, fast 200 Länder, Österreich ist am Platz 138, hinter Kosovo, hinter dem Sudan, hinter Syrien sogar, kein einziges Juli und den ersten 10, da müssen wir anpacken. Du sprichst eigentlich etwas Wichtiges an, nämlich Wollen zu verhindern. Und Wollen zu verhindern, ist ja doch etwas, ich sage mal, Sissabika, Personen, die schon Ewigkeiten ihre Pfünde abgesteckt haben, Organisationen, die einfach sagen, das geht absolut nicht, nicht, weil sie einen Sinn drin sehen, also nicht, weil sie einen Sinn drin sehen, sondern weil sie, oder keinen Sinn drin sehen, sondern weil sie einfach um ihre eigenen Pfünde auf einmal bangen und weil sie sich sagen, wir wollen das nicht, weil sie in einer sehr konservativen Haltung stehen. Ja, das ist das Problem in Österreich. Bei uns sind solche Balkonmappes wie der Charlie Blecher, rechtskräftig verurteilt, wegen, glaube ich, Urkundenfälschung oder so. Mal nachschauen, das hat ja schon wieder jeder vergessen, weil es schon mehr als zehn Jahre her ist. Die sagen dann einfach, die Neos sehen Unruhe, weil wir sagen, dass das Pensionssystem nicht finanzierbar ist. Da greife ich mir auf den Kopf, dass solche Leute überhaupt diese Plattform bekommen und dann das verhindern, dass irgendwie auch noch etwas vorgeht. Ich muss nicht einmal rechnen können. Ich muss nicht einmal rechnen können, um zu sehen, dass das Pensionssystem unfinanzierbar ist. Wenn ich weiß, die Leute werden immer älter, was toll ist, konsumieren aber auch immer längere Pension, ist das ein Faktor, der die Kosten nach oben treibt. Wenn ich weiß, dass immer gleichzeitig immer weniger Junge nachkommen, weil die Burtenrate unter zwei ist, bei 1,3 oder 1,4, glaube ich, in Österreich und Frankreich ist das einziges europäisches Land übrigens drüber, weswegen wir auch Familienförderung ausbauen müssen, aber zurück zum Thema. Das ist ein schöner Anspruch, weil das hätte ich jetzt nämlich gesagt. Aber quasi zu sagen, Leute werden immer älter, konsumieren immer längere Pension, gleichzeitig gibt es immer weniger Junge, die einstrahlern in Pension. Da muss ich nicht rechnen, um zu sehen, dass es einfach immer teurer werden wird. Und bis jetzt ist jeder dritte Euro, den die Republik Österreich ausgibt, jeder dritte, entweder für Rückzahlungen auf unsere Staatsschulden, für Zinsen, nicht einmal Rückzahlungen von den aufgenommenen Schulden. Nur die Zinsen alleine, plus Pensionen. Und das ist ein Skandal. Stichwort Schulden. Ihr als Partei habt es auch Schulden. Ja. Diese wird sich jetzt teilweise abbauen. Ich nehme an, da kommt auch die Parteiföderung zum Tragen. Das ist aber ein bisschen die Frage der Doppelmoral. Inwiefern? Dass man einerseits jetzt als Partei Gelder bekommt vom Staat, um seine eigenen Schulden abzubauen. Damit. Ja. Nein, das Problem mit der Parteiföderung in Österreich ist, dass sie viel zu hoch ist. 13 Mal so hoch pro Kopf wie in Deutschland. Da sagen wir natürlich, das wollen wir beschränken. Wir haben auch den Antrag eingebracht. Das Problem ist nur, dann haben alle gesagt, ja, ist natürlich nicht durchgegangen der Antrag. Dann sagen alle, ja, warum geht es hier nicht voran und warum kürzt es hier nicht bei euch selber? Und da sage ich, das ist aber unfair. Dass wir selbst uns quasi die Förderung wegnehmen, alle anderen sie nach wie vor haben und damit nach wie vor viel machen können, das geht nicht. Das ist ein extremer Wettbewerbsnachteil. Wo ich sage, wir wollen sie aufgeben, aber das müssen auch alle anderen tun, weil sonst ist es unfair. Wir wollen ein gleiches Spielfeld für alle. Dass genau bei solchen Regelungen mehr Demokratie erforderlich wäre, also sprich Volksinitiativen, dass man im Parlament von Seiten des Volkes, von Seiten der Bevölkerung wirklich vorschreibt, was dürfen Parteien und was dürfen sie nicht? Ich halte es für gut, uns für das Beispiel von der Schweiz natürlich anzusehen, mit der direkten Demokratie, uns aber auch bis zu einem gewissen Grad Kalifornien anzusehen, wo die Bürger Petitionen starten können und dann ein bestimmter Teil des Budgets von Kalifornien geblockt wird für eine bestimmte Ausgabe. Das klingt zumindest nicht unberuflich. Ja, es klingt gut. Das Problem ist in Kalifornien im Detail ist es so, dass es teilweise dazu geführt hat, dass ein zu großer Teil des Budgets geblockt wird und da wenig Spielraum ist. Also da müsste man sagen, man zieht eine Grenze ein, x Prozent vom Budget kann über solche Petitionen verwaltet werden, direkt von den Bürgern. Das ist aber eine Detailfrage. Aber quasi die Idee per se, hier mehr direkte Mitbestimmung zu unterstützen, ist eine gute, weil ich glaube, dass es nicht nur eine Hohlschuld der Bürger ist, der Politik, nicht der Politik ist, es ist auch eine Bringschuld, zum gewissen Grad, dass die Politik, Politiker die Politik näher an die Bürger bringen müssen. So wie wir es versuchen mit den Themengruppen, die unser Programm erstellen, wo wir in Österreich über 30 haben. Wir versuchen mit den offenen Vorwahlen, wo die Bürger mitstimmen können. Einfach zu sagen, hey, Politik im 21. Jahrhundert wird nicht hinter vor schlossenen Türen gemacht, sondern wird wie hier offen gemacht, wo die Leute mitmachen können. Und das glaube ich, auch dieser Anspruch, nicht nur das Was, sondern auch das Wie zu diskutieren. Wie machen wir Politik? Matthias sagt immer, Politik ist der Ort, wo wir uns gemeinsam ausmachen, wie wir leben. Und da hat er recht. Und über das Wie müssen wir auch diskutieren. Und Bürger beteiligen ist da ein ganz zentraler Schritt dafür. Das heißt auch, dass du diesen demokratischen Ansatz auch stark bei den NEOS als Grund genommen hast, warum du, weil du kommst ja eigentlich aus dem liberalen Bereich, bei den NEOS eingedockt hast. Absolut, ja. Also für uns damals, Anfang 2012, wo wir als junge Liberale, jetzt junge liberale NEOS, Zeitungsartikel gelesen haben, die 40 Verrückten und der Matthias Strolz. Das war für uns auch ein Grund, weil wir gesagt haben, hey, das ist eine Partei, die inhaltlich an uns von dem, was man damals so wusste, nah dran ist, weil sie Freunde der Eigenverantwortung sind. Weil sie Freunde der Freiheit sind. Aber auch, weil sie Freunde der sozialen Verantwortung sind. Und anders ist aber natürlich, weil sie sagen, wir diskutieren offen. Wir haben offene Prozesse bei Programmerstellern, wir haben offene Prozesse bei der Personalauswahl. Wir hatten damals Klausuren in Vorbereitung auf die NEOS-Gründung im Herbst 2012 mit 140 Leuten, wo wir zusammengestanden sind und diskutiert haben. Das ist eine Qualität, die allen anderen politischen Parteien in Österreich fehlt. Und wo ich glaube, dass wir nicht nur in Österreich hiermit etwas ausgestrahlt haben und ein bisschen auch Steine ins Rollen gebracht haben, sondern auch im Ausland. Da gibt es in der Slowakei eine ähnliche Bewegung wie wir, die immer gerne nach ihm kommen und sich mit uns austauschen. Wir haben einen regen Austausch auch mit Deutschland, wo wir als Junos und auch die NEOS schon öfters dort waren, vorgetragen haben. Ich habe bei der Internationalen Föderation der liberalen Jugend bei IFRW und auch bei der European Liberal Youth, also bei unserem Europäischen Dachverband, habe ich versucht, bei LIMAC ist das, das vorzubringen. Das war Begeisterung. Dass die Leute gesagt haben, hey, genau das wollen wir auch. Wir sind auch für viele ein bisschen so eine Stathilfe, um zu sagen, das ist für uns auch gelebte Liberalität. Liberalität heißt, abgesehen von dem Inhaltlichen, über das man diskutiert, auch offen zu sein für Beteiligungsprozesse. Offen zu sein, eben die offene Gesellschaft, die Karl Popper immer gefordert hat. Ich sage es, der Mann ist ein Liberaler. Ja. Naja. Wundert sich? Nein, nicht wirklich. Ich kenne mich ein bisschen privat. Ups. Wisst ihr, wie das so ist, wenn Journalisten und Politiker sich privat auskennen. Aber ja, wir haben uns vorher nichts ausgeschnappt. Also jeder Form, wir sind über jeden Verdachter haben, das Vorwurf der Korruption, um das rauszugehen. Ich habe vorher zum Interview schon etwas gefragt. Jetzt kommt diese kritische Frage. Legalisierung von medizinischem Cannabis oder Cannabis allgemein auf Rezept maximal 2-3 Gramm in der Woche zum halben Preis des Schwarzmarktes. Kannst du damit leben mit so einem Vorschlag? Übrigens danke für jeweils Zeug, der mir das heute geschrieben hat in der Früh. Die Neos haben keine Position dazu. Noch nicht. Die wird es auch mal geben. Die Junos als Jugendorganisation haben eine und es ist ein klares Ja. ist ein klares Ja, weil wir jetzt mittlerweile auch empirisch nachweisen können mit der Entkriminalisierung in Colorado und in Washington, dass das Steueraufkommen steigt, die Kriminalitätsraten sinken und parallel dazu auch, und das ist glaube ich ganz zentral, man hier die Drogenmafie aushebeln kann, wenn man sagt, man entkriminalisiert es, wenn man sagt, man macht es auch wie Portugal, weil die das erfolgreich gemacht haben, auch wie Holland, gibt dann Möglichkeiten, weil am Ende des Tages, egal ob legal oder illegal, wenn ich unbedingt will, komme ich so oder so zu meinem Stoff. Und da ist im Zweifelsfall das Legale lieber, bevor es ins Illegale gedrängt wird, bevor die Drogenmafia und die Beschaffungskriminalität und all diese Dinge, die damit verbunden sind, kommen. Und die sind eben nicht der Fall in all diesen Ländern, die sie entkriminalisiert haben. Oder nicht in dem Ausmaß der Fall. Und das ist von mir persönlich ein klares Ja. Habt ihr da schon konkrete Vorschläge? also, dass man wirklich sagt, okay, drei Gramm in der Woche ist vielleicht so sehr regulamentiert. Soll man es auf Rezept bekommen? Soll man es einfach so in der Apotheke bekommen? Ich denke, persönlich, für medizinische Verwendung auf Rezept. Würde ich persönlich jetzt einmal sagen. Also das heißt, doch bis zu einem gewissen Grad auch reguliert? Ja. Ja, fürs Erste. Und wie man dann weiter vorgeht, da muss man sich anschauen. Hier auch wiederum, wie gesagt, das ist nicht mein Spezialgebiet. Also, muss man sich im Detail ansehen, aber in den Ländern, wo ähnliche Sachen bereits gemacht wurden, wie erwähnt, manche amerikanische Bundesstaaten, Holland kann man sich anschauen, Portugal auch, hat das sehr gut funktioniert. Und da kann man sich anschauen, welches Land genau, welches Konzept. Und es gibt ein Konzept, das quasi so Best Practices ist, was wir übernehmen können und dann lokal adaptieren für Österreich. Ist auch in dem Fall Holland für dich noch ein Vorbild? Oder glaubst du, dass das schon abgetauscht ist, die Diskussion, dass man in Amsterdam sich den Schein tragt? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, Holland war natürlich da jetzt ein Vorräter in dem Gebiet. Portugal, Amerika, eben die amerikanischen Bundesstaaten, wo es jetzt teilweise möglich ist, sind andere Rahmenbedingungen. Müsste man sich im Detail ansehen. Zurück nochmal zu den Liberalen und in dem Fall zu den Junus. Du warst heuer im Wahlkampf. Beim letzten Wahlkampf sind die Liberalen in Form der Julis damals angetreten. Das hat mir insofern sehr gut gefallen, weil da hat es vor der Albertina einen wunderbaren Beitrag gegeben mit der Tonne. Mit Wasser gefüllte Tonne, mit dem Hannes Müllner. Genau, im Sinne, mir steht das Wasser bis zum Hals, Ihnen auch. Mir hat das wunderbar gefallen. Wie siehst du das? Das haben wir übrigens wieder gemacht im Schwimmbad aber diesmal. Es gibt auch ein Foto. Mit ein paar Junos in pinken Badehosen und uns steht das Wasser bis zum Hals. Die Frage war jetzt nochmal. Siehst du jetzt fünf Jahre später, wo diese Wirtschaftskrise eingeschlagen hat und alle ihre Nachwirkungen mit sämtlichen Facetten immer mehr und mehr spürbar werden? Österreich liegt nach wie vor noch auf der goldenen Seite des Butterbrotels. Wie siehst du das jetzt für den Fördern auch? Uns geht es immer auch relativ gut. Österreich hat, je nachdem, wen man fragt, je nach Berechnungsmethode die niedrigste oder zweitniedrigste Arbeitslosigkeit und Jugendarbeitslosigkeit auch in Europa oder in der Europäischen Union. immer mal so. Das ist auf der guten Seite. Die Frage ist nur, wie lange hält das Ganze? Und die Probleme, die wir damals angesprochen haben, sind die gleichen Probleme, die wir jetzt wieder nach wie vor ansprechen müssen. Das sind strukturelle Probleme, die uns momentan bedingt schaden. Aber die, wenn wir weiter so tun, irgendwann und je intensiver wir weiter tun und je länger wir brauchen, um eine Kehrtwende zu vollziehen, umso stärker beschädigen werden. Und die Probleme, die müssen wir ansprechen. Das ist Bildung in Österreich. Matthias hat sicher erwähnt, die 25 Prozent Sekundäranalfabeten. Das hat er nicht gesagt. Mit 15, jeder Vierte kann Sinnaufassen Lesen und Schreiben, wenn ich mit meinem Kollegen spreche, der bei der Andritzer geht, der mir sagt, die haben einen standardisierten Test für Lehrlinge und die schneiden von Jahr zu Jahr, machen den Test seit 10, 20 Jahren. Von Jahr zu Jahr ist der Prozentsatz der Lehrlinge, die den Test schafft, geringer. Es schafft immer weniger, obwohl der Test der gleiche ist. Dann denke ich mir schon, scheiße, weil Bildung ist ein Schlüssel für unsere Gesellschaft, für Jobs. Wer stellt die Leute ein, die nicht Lesen und Schreiben können, die nicht Prozent rechnen können? Da müssen wir was tun. Nämlich vor zwei Jahren hat man vorher einen Artikel gelesen, wo die Wirtschaftskammer davor gewarnt hat in der Steiermark, dass jetzt Leute in den Prozess einsteigen, die normalerweise keine Lehrstelle bekommen hätten. Absurd, ja. Aufgrund dessen, dass die Geburtenkorte geringer geworden ist. Kann es sich ein Staat im 21. Jahrhundert leisten, dass bei einem Jahrgang von 70.000, 75.000 Personen so ein Bildungsverwaltungsapparat lauft, dass 10.000 als Ausschuss fällen? Das ist die Sache, dass der Staat es kurzfristig sich leisten kann. Deswegen sagt bei uns die Regierung, es ist eh alles in Butter, wir haben niedrige Jugendarbeitslosigkeit, keine Probleme. Aber wenn das so weitergeht über die nächsten Jahre, dann ist es irgendwann nicht mehr 10.000, 20.000, sondern 100.000. 10.000 pro Jahr. Eben. Und das ist Punkt. Und dann irgendwann wird es eine so große Zahl, dass man darüber diskutieren muss. Aber dann ist es schon zu spät. Weil dann, wenn die Leute jahrelang keinen Job haben, in ihren 20ern, 30ern sind, 40ern sind, dann wird es schwierig, denen zu sagen, hey, wir hätten jetzt eine Ausbildung für euch und das und das sollt ihr jetzt eigentlich nachlernen, um angestellt zu werden. Das ist schwierig, jemanden, der Langzeitarbeitslos ist, einem Unternehmen quasi anzubieten. Das Unternehmen wird dann sagen, ja, dann nehmen wir lieber irgendeinen Jungen, der gut ausgebildet ist. Wir schaffen strukturelle Probleme, die zu dem Zeitpunkt, wo sie schlagend werden, nicht mehr gelöst werden können. Und das müssen wir jetzt ansetzen. Ja, viele sagen Panikmache und ich glaube, das ist nur Voraussicht, Planung, statt immer nur zu reagieren, was gerade aktuell passiert, sondern auch zu agieren und vorauszudenken. So, der Akku wird bald leer. Letzte Frage noch. Das ist dieselbe Frage übrigens, die ich auch Matthias vorher gestellt habe. Das ist Unterwasserwackbild. Das ist das, was ich in meiner Freizeit treibe. Und du tust dabei in drei bis fünf Meter Tiefe einen Ball in einem Stahlkorb hineindrücken. Ja. Auf diesem Stahlkorb, und das ist eben die Amalogie zur Politik, sitzt meistens jemand drauf und versucht, das zu verhindern. Okay. Geht in der Politik hin und wieder die Luft aus. Ja, natürlich. Das finde ich sehr spannend. Cooler Sport. Muss man anschauen. Ja. Kannst du vorbeikommen. Unterwasserrugby. Ich habe mehr. Promotion für Unterwasserrugby. Schaut cool aus. Da hat man keine, wie ich sehe, nicht wie wir tauchen, sondern ich tauche immer auf und dann hole ich Luft und ab mal tauchen. Ich schnarchle. Alles klar. und eine Taucherbrille und die Luft, die du in der Lunge hast. Ja. Das ist eine gute Analogie zur Politik. Man ist nicht auf ewig ausgestattet mit Ressourcen, sondern muss immer wieder abtauchen ein bisschen und sich erholen. Ich freue mich schon. Nächste Woche ist für mich die erste, wo ich ein bisschen Urlaub mache zum ersten Mal seit einem Jahr. Aber zu deiner Frage, die Luft ausgehen, ja, natürlich. Es sind Perioden, wo du denkst, jetzt habe ich eigentlich wenig Kraft. Also bei mir am Ende des Wahlkampfs nach 65, Podiumsdiskussionen, Neos-at-home-Abenden, Neos-internen-Events von Burkersdorf bis Dornbieren habe ich mich auch ausgebaut gefühlt. Ich habe mir zuerst gedacht, es geht nur darum, dass du in der Früh um sechs aufstehst und dann um zwei schlafen gehst und halt wenig Schlaf hast. Ich habe mir gedacht, das habe ich im Consulting auch gemacht. Das geht sich schon aus, wenn ich nur vier Stunden schlafe über ein paar Monate arbeite. Das ist in Wahrheit nicht das Problem. Das Problem ist, jeden Tag im Wahlkampf bei drei, vier Veranstaltungen zu sprechen, Leute von einem Thema zu begeistern, nicht wie ein Lehrer vorzutragen und die Leute wissen, sie müssen das Ganze wiedergeben, sondern Leute, die die Freiheit haben, jemand anderen zu wählen und du hast auch neben dir die anderen Parteien, die dich angreifen, andauernd. Und da Leute zu begeistern, oft einmal mit Slots von 30 Sekunden Antwortzeit auf, wie lösen sie die Jungerauslosigkeit, dann sagt der Blau irgendwas, was teilweise wirklich widerlegt werden kann mit einem einfachen Google-Search. und ich kann nicht darauf replizieren und muss aber trotzdem quasi meine Punkte bringen und auch immer wieder die gleichen Fragen beantworten. Also man wird dann ein bisschen wie so ein Papa-Guys von sich selbst, wo man nicht die Möglichkeit hat, neue Punkte zu bringen, nicht die Möglichkeit hat, in Detail zu diskutieren, sondern immer wieder nur die gleichen Punkte unter ständigen Angriffen zu bringen. Das ist anstrengend. Das ist extrem anstrengend. Aber viel gelernt. Und insofern glaube ich, war es die richtige Entscheidung. Ich würde es jederzeit wieder machen und für die Zukunft werden wir mal sehen. Das klingt zumindest so. Eine letzte Frage habe ich noch. Politik, Männersport oder auch bis zu einem gewissen Grad der Bereich, der nicht von Frauen so gerne genommen wird, weil ihr habt sehr ziemliches Frauenproblem. Leider zu sehr. Leider zu sehr. Wir haben offene Vorwahlen, wir haben Vorwahlen, wo jeder kandidieren kann. Aber wenn schon unter den 60 Kandidaten nur 10 Frauen sind, dann brauche ich mich nicht wundern, dass dann bei der endgültigen Liste das nicht so ganz paritätisch ist. Und da müssen wir ansetzen. Das Problem ist, glaube ich, nicht zu lösen mit einer Quote, wo ich nachher sage, ja, wir machen eine Reißverschlusslösung. Ja, das wird von manchen vorgeschlagen, ist aber nicht Beschlussfassung. Und sollte auch keine Beschlussfassung werden, meiner Meinung nach. Und wie wirst du dann Frauen motivieren? Das ist eine Sache. Ich glaube, wir sollten nicht das Symptom bekämpfen, dass eben dann nicht der Reißverschluss möglich ist oder nicht rauskommt durch unsere Vorwahlen, sondern wir sollen die Ursache bekämpfen. Die Ursache, warum bewerben sich so wenig Frauen? Warum sind es nur 10 von 60 statt 30 von 60 oder 50 von 100? Und da müssen wir ansetzen. Und da, glaube ich, gibt es mehrere strukturelle Probleme, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wo es immer noch zum großen Teil so ist, dass die Frau sich großartig um die Kinder kümmert, wo es auch um den Umgang in der Politik geht, wo wir auch sagen, wir als Neos versuchen da positiv zu sein, kein Dirty-Campaigning zu machen und einen neuen Stil zu schaffen und der geht auch vielen Frauen ab in der Politik. Und die sagen, das tue ich mir nicht an, wenn ich mir denke, die Gabi Schaunig, die zu Zeiten Haiders in Kärnten von der SPÖ Landesrätin war und wieder zurückgetreten ist, einfach weil sie gesagt hat, ich will mich nicht jeden Tag persönlich anschießen lassen, will nicht jeden Tag medial und von den Oppositionsparteien in den Dreck gezogen werden. Und da ist auch der Stil in der Politik gefragt. Also das ist ein multidimensionales Problem, wo man jetzt keine Patentlösung haben, aber ich glaube, Familienpolitik ist eine Sache, die auf jeden Fall angegangen werden muss. Auch der Stil in der Politik, wir versuchen es vorzuleben, die anderen gehen teilweise schon nach, teilweise klatschen jetzt zum ersten Mal in der Geschichte dieser Republik. Abgeordnete im Parlament bei Redebeiträgen und Anträgen von anderen Parteien, war zuvor nicht der Fall, haben wir eingeführt. So einfache Dinge und da einfach aus einem Klima der Angst, aus einem Klima der Feindschaften, ein Klima der konstruktiven Diskussion zu schaffen, der muss man ansetzen. So, jetzt ist mir der Akku bei der Kamera ausgegangen, also bitte nicht wundern, wie das Bild dann starr wird, aber wir werden da noch arbeiten dran. Isaac, herzlichen Dank für das Interview, wenigstens ist der Tonno da und schönen Sommer. Danke, dir auch. Vielen Dank.